Ich lerne Deutsch. Nummer 6401 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Gartencenter hat geöffnet. Ich begrüße die Kunden. Mein Gartencenter hat geöffnet. Ich begrüße die Kunden. Das ist nicht der richtige Plan für dieses Bauwerk. Hier sieht es ganz anders aus. Das ist nicht der richtige Plan für dieses Bauwerk. Hier sieht es ganz anders aus. Am Strand erholen wir uns gemeinsam mit unseren Freunden von den Strapazen des Alltags. Unsere Liebe ist ein heißes Thema in den sozialen Medien. Manche glauben, dass sie nicht lange hält. Unsere Liebe ist ein heißes Thema in den sozialen Medien. Manche glauben, dass sie nicht lange hält. Welche ethischen Herausforderungen siehst du in unserer Branche? Welche ethischen Herausforderungen siehst du in unserer Branche? Ich nutze den Massageball jeden Tag für meine Füße. Ich nutze den Massageball jeden Tag für meine Füße. Wer will noch Würstchen? Sie sind etwas angebrannt. Macht das was? Macht das was? Wer will noch Würstchen? Sie sind etwas angebrannt. Macht das was? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank. BUNCH. 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 KUNCH.